Mir hat das vorhin so leid getan mit Max, irgendwie, ich kann den jetzt nicht so gehen lassen, einfach rausschmeißen, ich sing noch kurz ein Duett mit dem, okay? Max, Max, komm raus, Max, komm raus, Max, komm raus, Max, Max, komm raus, komm doch raus. Wieso schämst du dich, den kann doch einfach raus, nein, bleib doch locker, wieso kommst nicht einfach raus, dann kriegst du hin. Der Max hat immer so ein Stich, was machst du denn für alberne Sachen? Komm, wir singen deinen größten Hit, Max, okay? Hier, komm mal, ich kann es hier hin machen, da kannst du rein singen, zähl mal ein, zähl i kann eher ein.... Plan! Vielen Dank, meine Damen und Herren, das war's mit 1.30. Das war Max Mutzke mit seinem Hit, mit seiner Nummer 1 Single, Just Can't Wait Until Tonight, einfach einer der heftigsten Sänger, noch ganz kurz bevor wir rausgehen, einmal ganz kurz ein RIP für die Leute, komm, fahr mal nochmal runter. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren, kommen gut nach Hause. Vielen Dank.